hallo liebe freunde willkommen zu einem neuen video jetzt mit der blauen yamaha tenoré 700 rally edition heute ist der tag der tage das kennzeichen ist dran und heute geht es mit dem bike nach hause alle arbeiten sind soweit abgeschlossen alle teile dran die man so braucht beziehungsweise die ich von der roten auf die jetzt gewechselt habe wie ihr seht sind auch jetzt die anderen fußrasten dran die rally fußrasten sind jetzt auch gekommen und sind danach gleich herangemacht wurden vom motorradhändler das sind jetzt die originalen von yamaha quasi aus dem original jamaha zubehör katalog so mein erster weg wird danach hat jetzt quasi zur tankstelle sein gefahrene kilometer null ja dann lass uns mal beginnen starten kann man ja schon einmal so Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will halt hoffen, dass der Sprit noch bis zur Tankstelle quasi reicht. So, alles drum, alles dran. Mach's gut, Jörg. Oh, Seitenständer, Anfängerfehler. So, auf geht's zu den ersten Metern. Mit der Yamaha Teneree Rallye Edition. Und mein erster Weg gleich quasi zur Tankstelle. So, ich will jetzt mal wieder. So, ich will jetzt mal wieder. Ich weiß nicht, es ist wieder sehr warm. Ihr seht es ja gerade, 28 Grad. Mit der erste Kilometer ist es gefahren. Spiegelhaut. Der erste Kilometer ist quasi geschafft. Spiegel ausrichten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt mal noch diese blöde Maske rausholen Ich drücke mal kurz auf Pause Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020